Hallo allerseits, es gibt eine deutliche Bewegung am Markt aktuell und zwar nach unten. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist der Dow Jones, aber DAX sieht da, was das angeht, nicht wirklich viel besser aus. Auch hier eine deutliche und scharfe Abwärtsbewegung und damit ist vorläufig erstmal das positive Bild rum. Ja, warum das denn? Das ist doch noch nicht so schlimm. Naja, es ist zumindest mal so, dass eigentlich nach so einem dynamischen Anstieg was Wackeliges runter perfekt gewesen wäre, um die Fortsetzung nach oben zu handeln. Aber wir haben eben nicht wackelig und nicht mal A, B, C bekommen, gar nicht. Im Gegenteil, wir sind sehr dynamisch nach unten. Das wiederum bedeutet, insbesondere auch, weil wir so viel dieser Strecke wieder wettgemacht haben oder weggemacht haben, je nachdem, wie man das sehen will, wir sind ja bis an die 78er Marke herangelaufen. Das ist meistens kein gutes Zeichen für den Anstieg. Aber das, was wir hier sehen, ist ja auch nicht wirklich korrektiv. Also insofern ist das Thema aus meiner Sicht erstmal durch. Der DAX dementsprechend in der Chance, wenn als nächstes mal wieder was Wackeliges, was A, B, C oder hin und her wackelnd in die Abwärtsrichtung hier geht, dass das hier gegebenenfalls richtig Spaß machen würde für nochmal einen Short. Ich weiß, das mögen einige jetzt gar nicht hören, aber wir müssen das handeln, was der Markt macht. Und das ist eben nun mal absolut nicht bullisch, was wir hier sehen, sondern eher diese Kategorie wackelnd jetzt hier hoch, nochmal die Fortsetzung oder diese Kategorie wackelnd hier hoch, nochmal die Fortsetzung und so weiter. Warum soll das hier auch nicht sein? A, B, C, alternativ wackelnd. Und damit haben wir eigentlich schon den Tenor des Tages abgegriffen. Dann ist Dow Jones nicht großartig anders. Es ist zwar hier, das muss man dazu sagen, nicht so richtig schön wackelig hochgelaufen. Also das ist ja jetzt keine wackelige Geschichte. Insofern ist das nicht ganz so schön. Der Teil ist klasse. Wenn der jetzt wackelig gewesen wäre, wäre er noch toller gewesen. Dann hätte man noch mehr Klarheit gehabt. Und noch lieber diese Short-Richtung mitgenommen oder überhaupt mitgenommen. Denn für meinen Geschmack, also für mich waren das hier leider keine Einstiege. Zumindest mal nicht nach dieser klassischen Art und Weise. Wenn, dann musste man hier schon irgendwie anders argumentieren. Wir haben das ja hin und wieder mal mit Indikatoren oder sowas mal so ein bisschen uns genähert. Und wer also so einen Ansatz gerne mag, der hat dann natürlich in diesem Fall den Vorteil dabei zu sein. Das reine Pattern hier sozusagen, das ließ sich hier nach meiner Fassung zumindest mal nicht erkennen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Viele trauern diesem Trade hinterher. Aber das Schöne ist, der macht doch wieder die Türchen auf für die nächsten Trades. Denn wenn der nächste Markt jetzt wieder mal wackelig hier nach oben geht, also im Prinzip genau das Gleiche, was wir beim DAX haben. Ihr seht schon, es ist alles immer wieder das Gleiche. Ihr müsst euch gar nicht traurig fühlen oder traurig sein, wenn ihr die eine oder andere Bewegung verpasst. Wenn es aber deutlich ist, dann nehmt das mit. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob ihr das im Stundenchart macht oder ob ihr vielleicht im Fünf-Minuten-Chart hier irgendwo eine scharfe Bewegung, was Wackeliges. Das hängt natürlich davon ab, wie aggressiv, wie intensiv ihr euch mit den Märkten beschäftigen könnt, wollt und dürft. Aber ihr seht schon, Schub in diese Richtung wackelig. Das Prinzip gilt natürlich auf den kleineren Zeitebenen auch immer wieder und ist zumindest mal kein Indiz für, ja, ja, der dreht jetzt ganz schnell, sondern ist zumindest mal ein Indiz für die Fortsetzung in die entsprechende Richtung. Das Gleiche haben wir beim S&P 500 natürlich im Wesentlichen. Insofern da nicht echt was Neues. Und grob gesehen, zumindest beim Nasdaq hier ebenfalls, die Abwärtsseite zeigt einfach, dass Bullish aktuell nicht das Bild ist, was präferiert wird, sondern im Gegenteil eher umgekehrt. Und jetzt sehen wir schon, dass hier der Markt wenigstens ein bisschen nach oben kommt. Das ist aber so etwas Bushiges, dass ich sage, richtig toll sieht das auch noch nicht aus. Vielleicht mal vormerken, so Trigger auf der Unterseite vielleicht für doch noch mal die Short-Seite. Das ist vielleicht etwas, was uns heute Nachmittag noch mehrmals entgegenkommt. Wenn der Kurs hier entsprechend noch ein bisschen weiter nach oben geht, dann wäre mir das durchaus lieber. Ihr wisst ja, ich gucke immer ganz gerne auf sowas wie Fibonacci. Also, dass es dann nicht nur so eine kleine Rückwärtsbewegung ist, sondern dass wir vielleicht etwas größer mal hier in diese Richtung reinwackeln und dann wäre ein Bruch eine wunderbare Fortsetzungsidee, in dem Fall eben nach unten. Ja, soweit das bei den Indizes. Ein anderes Highlight des Tages ist auf jeden Fall noch mal bei den Bitcoins zu sehen, denn dort haben wir einen deutlichen Rücksetzer noch mal unter die 30.000er Marke gesehen. Keine Sorge, der Markt schon wieder erholt ein bisschen, 3.500 und dementsprechend nicht mehr ganz so auf dem Drama-Modus. Aber wir können noch nicht sicher sein, dass damit das Ei endgültig hier gelegt ist oder der Grundstein, machen wir es mal positiv, für den Bullenmarkt gelegt ist wieder. Das wird sich jetzt zeigen, ob die Bewegung, die nach oben ist, jetzt mit schwachen Bewegungen gekontert wird oder ob das, solche Spikes hatten wir ja hier häufiger, schon mal endlich, also endgültig dann doch noch mal nur so eben gekontert wird. Und dann könnt ihr euch schon erahnen, was meine nächste Richtung wäre, wenn das hier passiert. Aber ob das tatsächlich passiert, das gilt natürlich zu gucken, das gilt abzuwarten. Der Rücksetzer war jetzt ja nicht so überraschend, wir haben mehrfach immer wieder darüber gesprochen, dass es sehr realistisch ist, mindestens mal die 38er Marke. Wer jetzt hier schon eingekauft hat, der war natürlich nicht jetzt super glücklich. Aber wenn man ehrlich ist, einen echten Trigger, einen echten Hinweis, den hat es hier im Tagesschart nicht gegeben und selbst hier im Stundenschart, das sieht doch nicht nach einer bullischen Bewegung aus, wo man sagt, doch, 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 da muss ich jetzt unbedingt rein. Also insofern seht ihr, wie wichtig es eben sein kann, um eben die Wahrscheinlichkeiten zu seinen Gunsten zu erhöhen, eben auf sowas wie einen Trigger zu warten. So, aber das will ich euch jetzt in diesem Video nicht noch länger vorhalten. Ihr kennt das Prinzip ja schon, dass mal so ein kleines Update zu dem, was aktuell gerade so passiert an den Märkten, wie wir damit umgehen, habe ich ebenfalls eingezeichnet. Euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.